Ja Leute, was geht ab? Ich bin's für Eui, YanyanTV und heute zocken wir weiter Runde Fortnite Battle Royale. Ich hatte ne gute Runde im, äh, in der Prospect Division. Und ja, nicht wundern wegen den Hintergrundgeräuschen. Und ich bin da immer mit ein paar Friends in der Party und talk ein bisschen mit denen. Also, bitte nicht wundern. Hey, kannst du da reden? Okay, jetzt seid ihr kurz leise, bitte. Digga, ich hab fünf Punkte. Wie viele Kids braucht man nochmal für einen Punkt? Drei. Er ist so ein No-Hand, Digga. Nico, ich play's einfach an der Wand, random ne Trapped, ne? Was macht der Gegner? Läuft da rein. Hier im Versagen, Kappa. Nein. Doch, irgendwie schon. Ja, natürlich kann man da versterben. Hei, Maurice. Nein, Nico, nicht sterben. Ja. Und lass deine Solo-Runde. Äh, gut, ich zock Solo-Turnier sogar. Und hab vier Kills. Ja, ich weiß. Ich weiß. leise die Fresse, wenn ich schon sage dann provozier mich nicht dann provozier mich nicht dann provozier mich nicht dann provozier mich nicht Moris, jetzt sei einfach leise Dankeschön, Digga Au Moris zockst auch das Solo-Turnier Ey, Moris, ich sag's dir Warte, kein Kotz sagen, kann ich Kotz sagen Ja Boogie Down Moris Moris, ich sag dir in dem Turnier Punkt ist zu erreichen ist eigentlich relativ einfach wenn du Polar landest Da bin ich nämlich grad gelandet weil Nico mir einen Tipp gegeben hat Jetzt habe ich 4 Kills Also ich bin in der Prospect Division Also ich bin in der Prospect Division Pst Ich bin in der Prospect Division Ich bin in der Prospect Division Ach der Wege Das stimmt aber auch Das stimmt eigentlich nicht Ich hab's gesagt Ich hab's gesagt Warte kurz Hallo Mich juckt es Das stimmt aber nicht wirklich wenn ich im Pfeifen und einer rede Was juckt es? Ja, aber wenn ich jemand rumschreie und sag und bevor du sagst du mir ich sag ja nicht sei das leise dann sag ich jetzt ich würde extra und dann beschwerst du dich dann beschwerst du dich und du sagst ja leise und du sagst ja leise und du sagst ja leise ich tue extra sagen leise ich tue extra sagen leise und dann beschwerst du dich warum du sie warum schalte ich sag nur leise Maurice ich weiß dass die Party Only Squad heißt aber zudem zu dem Zeitpunkt wo ich sie erstellt hab wusste ich nicht dass ein Solo-Turnier heute ist also zumindest äh heute Mittag jetzt punktaВ Deutsch Huh chop chop ich Ox dagegen ich mach Mann 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein! Ich war so scheiße. Oh, ich war elf da! Nein! Ah, ich war elf da! Also, nicht ablenken! Ja, der ist rumge... Ich hatte halt... Der war halt so scheiße, ja, weil ich von zwei Seiten gesenktet wurde. Doch, er war scheiße. Ich habe zwei Punkte. Niko, nur so, das sagst du auch immer, wenn du geholt wirst, dass das schlecht ist. Das war zwar ein John Wick, aber der war echt scheiße. Der hat... Er hat die ganze Zeit gesneakt. Ja, auch jetzt. Kann der... Kann derjenige das ausmachen? Danke. Okay. Ne, das kann ja irgendwas mit dir. Super. Irgendwas mit dir. Da kommt so ein Portal. Ein Portal. Ich bräuchte jetzt meinen Slurp, dann wäre ich hier full life. Ah, ich hab fünf Kills. Nein, aber ich hab mal... Ich hab zwei Punkte. Ja, wenn ich da... Ach, ich hab purple. Aber ich hab okay, dass das jetzt nicht mehr verarschkt... Ach, oh... Mal, Alter... Alter... In den nächsten Jahren... Wir haben uns gemütlich in den letzten Jahren... Hat er mir selbst erlagt. Was ist denn? Das ist das hier, das ist der typische Faust... ich will so gerne was werfen ich will so gerne was werfen ich 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 dürfen wir reden ich 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 dürfen wir jetzt wieder reden dürfen wir jetzt wieder reden nein dritter Punkt Griff to go nochmal bekommen der wenn ich habe mir fehlt noch ein kill dann habe ich sieben kills ich will mich nicht in das fettelfeld hocken weil ich Angst habe dass seine nur drin hofft ich 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 das ist ein Unterschied das ist ein Nicht hier so toxisch werden. Thorsten, er ist nur ein bisschen abgefacht. Hört sich nicht mal ansatzweise gleich an. Oh ja, zackt du jetzt. Oh ja, zackt du jetzt. Oh ja, zackt du jetzt. Oh ja. Oh ja, zackt du jetzt. Oh ja, zackt du jetzt. Wenn du brauchst mal, mach die Playstation aus. Geh offline, leg dich ins Backpack. Einer müsste noch sterben. ja ja ich mache nein bei mir muss noch ein bei mir muss noch bei mir muss noch einer sterben dann bin ich top 3 ich spiele so das linge da wo man befindet Open Division einer ist da und der andere ist da hä wo sind die anderen zwei nee warte schau 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 Ja. Alter, ist das ein Spitzer. Alter, ist das ein Spitzer. oder hat der baut zwar wie ein junger gott aber der hat gar kein im Mann! Okay! Ach Mann! Gut, dass wir eigentlich 50 schon noch peps und 50 noch peps. Ja, okay, der hat ja schon ordentlich noch abgelehnt. Alter, wie viel Platz hat der denn bitte? So ungefähr, ja. Ja! Ja, ich, ich spiele jetzt nur noch mit Eiskönig. So. Das muss man mal legen in die Tour. Davon sind hunderttausend bei der Bundeswehr. Ich stelle die Tour. Alle werden verpflichtet zur Bundeswehr. Oh, alle 80 Millionen starke Armehefahrt. Na gut, da müssen die Kinder abrechnen. Die Kinder abrechnen und die Alten. Und dazu noch die Mütter, die irgendwie schwanger sind. Ja, Mann! Acht Punkte, erste Runde! Clip that!